Gleich. Cosmo und Wanda. Stehen noch Zeitreisen? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Was? Zum Filmstart von Triff die Robinsons verlosen wir zweimal fünf Kinofreikarten für die ganze Familie. Megamäßig. Beantwortet einfach folgende Frage. Wo leben die Robinsons? A. In der Zukunft oder B. In der Gegenwart? Ruft jetzt an unter 0800 800 16 00. Coole Sache! Unser Zeitreise-Gewinnspiel im Disney Channel. Disney 365. Deine Stars fürs ganze Jahr. Hallo zusammen. Es ist Party Time. Das Disneyland Paris feiert 15. Geburtstag und überall im Park warten spannende Überraschungen. Das ist der neue Crush Ride. Nach dem Film findet Nemo. Und wie soll aus Tonnen von Stahl ein wildes Unterwasser-Abenteuer werden? Die Bahn besteht aus zwei Teilen. Der erste ist langsamer und durch das Schwarzlicht eher geheimnisvoll. Dann wird es schlagartig zu einer atemberaubenden Achterbahnfahrt. Es geht ab wie auf dem Rücken von Crash durch die ost-australische Strömung. Und schon bald wird dieser riesige Metallknoten in den Tiefen des Ozeans verschwinden. Urlaubgefällig? Warum nicht im Hollywood Tower Hotel, dem größten Bauprojekt in den Walt Disney Studios? Die Disney Imagineers versprechen kurze Wartezeiten beim Check-in. Das Tower Hotel ist ein glamouroses Hotel der 40er Jahre, aus der goldenen Ära Hollywoods. Mit sagenhafter Einrichtung. In diesem Schacht werden 21 Gäste mit Anschnallgurten in ihrem Fahrstuhl gesichert, in 40 Meter Höhe gefahren. Runter in die Lobby geht es dann im Höllentempo. Schneller als im freien Fall. 13 Stockwerke in einer Sekunde. Kein Grund für Beschwerden an der Rezeption. Kunstvolle und präzise Vorbereitung ist nötig für die Once Upon a Dream Parade im Magic Kingdom. Die Parade erzählt von sieben verschiedenen Träumen. Fantasievolle Modelle dienen als Vorlage für sieben gigantische Paradenwagen. Sie werden später auf den Wegen rund ums Schloss von Tänzern und Akrobaten begleitet. Die Menschen können mal Pause machen. Einfach entspannen und träumen. Auf der größten Party des Jahres. Diese Husky-Horde hat Faustdick hinter den Ohren. Für Tänz bedeutet das Durchhalten. Dämmliche Kröter. Sie müssen ihm zeigen, wer der Bosch hilft. Zum ersten Mal bei uns. Snow Dogs. Acht Helden auf vier Pfoten. Am Samstag, 18.30 Uhr. In the wonderful world of Disney.